Vielen Dank an die Kollegen von der Tagesschau. Hier geht es jetzt weiter bei uns mit Brisant. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute sich Zeit genommen haben für uns. Herzlich willkommen zur Sendung. Heute ist Frohnleichnam. Feiertag in 6 Bundesländern, auch in Bayern, u.a. Hessen und Nordrhein-Westfalen. Viele haben sich morgen auch noch einen Brückentag genommen und sind in den Urlaub geflogen, in die Kurzferien nämlich. Doch da brauchte man v.a. an den Schaltern viel Geduld und auch Zeit. Es gab leider schon zu Beginn zum Teil wirklich chaotische Verhältnisse an den Flughäfen. Es fallen reihenweise Flüge aus oder sind verspätet. Schauen wir uns an, das Chaos.